tja du bist drauf wir machen jetzt hier nämlich oder haben schon gemacht ein video für willst noch mal den kanal sagen du bist du bist jetzt live und da geht es jetzt um das thema pferdemist und verwertung okay also ich sage euch bescheid wenn das live kommt beziehungsweise nicht nicht live ich bin live aber wenn das übertragen wird bzw wenn der film fertig ist lisa kestel kennt ihr ja alle und schönen gruß liebe lisa und hier haben wir jetzt gezeigt was mit dem pferdemist passiert wir haben die erlaubnis hier heute zu filmen und dementsprechend nutze ich auch die gelegenheit weil es angemeldet ist ansonsten würde ich jetzt hier nicht filmen aber ich weiß gar nicht ob es überhaupt funktioniert weil ich keine reaktionen von euch sehe ganz komisch vielleicht klappt es ja gar nicht also andreas hängt jetzt noch mal die schaufel dran und dann wird hier in die vorkammer und den nächsten mal pferdemist eine schaufel reingeschmissen für das filmformat wir sind hier bei der rhein energie auf der anlage und es geht wie gesagt um die verwertung oder verwendung von pferdemist was man damit machen kann und ja ich bin eben mit einem container mit frischen container pferdemist gekommen den haben wir dann abgekippt das wurde dann auch gefilmt und ja also für die leute die sich fragen was macht der wippi eigentlich die ganze zeit kommen so wenig live videos das hier ist eigentlich der grund weil wir uns hier in die biogasanlage richtig einarbeiten dafür viel zeit verwenden auch um uns wirklich mit den details vertraut zu machen weil wir jetzt die anlage im lohn betreiben für die rhein energie eventuell ergibt sich da noch was anderes draus aber mehr dazu kommt noch und hier auf der anlage wird also strom erzeugt wenn er gebraucht wird das heißt ferngesteuert morgens laufen jetzt zwei motoren abends zwei motoren und zwar dann wenn der strommarkt bedarf hat könnt euch vorstellen wenn pv anlagen nicht arbeiten und ihr alle aufsteht kaffeemaschine anwerft dann wird viel strom gebraucht abends wenn ihr den fernseher anschaltet füßchen hoch legt noch was kocht abends wird auch viel strom gebraucht kein solarstrom da und dementsprechend ist hier die anlage als puffer fürs netz aktiv aber 100 prozent der wärme die hier produziert wird auch durch die motoren natürlich wird auch verwendet fürs fernwärmenetz hier in hackenbruch also eine anlage die von a bis z sinn macht und ich nicht verstehen kann warum solche biogasanlagen nicht benutzt werden um das fehlende gas aus russland mehr mit als alternative zu benutzen und vor allem für die zeit wo solarstrom und windenergie nicht da ist das ist absolut möglich man könnte zwölf gigawatt sind es glaube ich muss immer aufpassen mit der bezeichnung zwölf gigawatt mit dem bestehenden biogasanlagen erzeugen für die dunkelflaute zehn werden eigentlich nur benötigt aber dafür möchte robert habeck eben andere kraftwerke bauen ich kann es nicht verstehen aus dem biogas hier aus dem methan kann man tatsächlich auch erdgas produzieren und zwar muss das dann noch aufbereitet werden damit 98 prozent glaube ich sind es methan drin sind im gas und dann könnte man das erdgas netz damit sogar befüllen und jetzt für die kamera hier ich will gar nicht ins bild rennen wird jetzt einmal hier pferdemist in den behälter reingeschmissen der behälter wurde nicht so wenig der behälter wurde heute morgen schon gefüttert also hier ist genug menge drin in beiden feldern und das ist jetzt nur für die kameraaufnahme vielen dank an die reine energie dass wir das filmen dürfen also hier wird kombiniert pferdemist mit mais rein geschmissen und in einem bestimmten verhältnis was uns vorgegeben wird und dann wird daraus energie produziert und damit verabschiede ich mich auch weil ich jetzt noch was vorhab und ich mache jetzt mal hier die klappen zu und dann geht es weiter mit dem kleinen schwarzen richtung heimat also ich halte euch auf dem laufenden wenn das hier ausgestrahlt wird eine ein pferd produziert im prinzip mit dem pferdemist den ein pferd pro monat produziert so viel energie wenn sie hier rausgeholt wird dass man mit dem e auto hier zum beispiel ungefähr 750 kilometer weit fahren kann ja also ein pferd produziert allein durch den pferdemist so viel energie wenn man sie hier jetzt durch das verfahren herausholen würde aus dem pferdemist damit ein e auto 750 kilometer fahren kann und ich glaube wir haben über 1,3 millionen pferde in deutschland 1,3 millionen mal 750 da sind wir bald bei einer milliarde kilometer die gefahren werden könnten wenn man eben aus dem kompletten pferdemist die energie rausholen würde das nun mal als information was mit dem pferdemist nach der energiegewinnung gemacht wird da wird ein substrat draus bleibt übrig da ist dann die energie raus und das geht dann wieder in den kreislauf das heißt die pferde beiden bei uns werden damit dann wieder gedüngt die felder werden damit gedüngt bei den berufskollegen auch alle felder wo jetzt rüben hinkommen es ist relativ geruchlos und man kann es auch abpressen und trockenes substrat produzieren und dann auch wieder auf die felder bringen also kompletter kreislauf ist möglich und damit ist man auch völlig klimaneutral weil das co2 was jetzt zwar auch bei den motoren produziert wird durch die verbrennung aber vorher gebunden wurde und das was nachher an trockensubstrat übrig bleibt ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen weil hier keins ist das wird nachher in boden eingebracht und damit auch wieder kohlenstoff gebunden und ich verstehe nicht warum und die frage habe ich jetzt öfters gestellt die letzte zeit warum wir nicht mehr in die schiene wieder gehen herr habeck und frau mona neubauer hat ja in einem video vom wdr gesagt in dem beitrag dass man nicht möchte dass noch mehr mais angebaut wird dem widerspricht aber der vorsitzende der biogasanlagen vereinigung oder wie es heißt ich habe keine ahnung und sagt nein wir brauchen nicht mehr mais wir brauchen nicht mehr energiepflanzen anbauen das reicht was wir haben um eben dieser dunkelflaute entgegenwirken zu können und ich denke dass hier das system kann man auf jeden fall noch weiter vorantreiben man sieht hier die verrottungsstufen der mist ist relativ frisch der ist schon was älter und jetzt zeige euch den mist der auch geschreddert wurde weil das natürlich gerade ein versuch ist der mist hier wurde geschreddert noch mal zerkleinert und zersetzt aber das hier geht auch schon durch die schnecken durch weil die anlage hier ist nicht auf pferdemist ausgelegt gewesen das ist jetzt der versuch hier den wir seit über einem jahr mitgehen und man möchte die pferdemistmengen auf jeden fall steigern und das in kombination mit mais und das funktioniert also in dem sinne pferdemist wenn man den energiegehalt von mais zu pferdemist vergleicht ich gehe mal ein stück mit euch weiter dann kann man ungefähr sagen eine tonne mais entsprechend ungefähr zweieinhalb tonnen pferdemist und das hat dann den gleichen energiegehalt hier den mist habe ich gerade gekippt der wird nachher noch rüber geschoben hinten ist der mais das heißt eine schaufel mais hat so viel energie wie na das stimmt nicht weil da gehe ich jetzt vom volumen aus ich gehe vom gewicht aus also eine tonne mais hat so viel energie wie ungefähr zweieinhalb tonnen pferdemist kommt immer darauf an in welchem zustand der hier wird noch richtig heiß der hier wird jetzt nicht mehr so heiß und wenn das heiß wird das heißt die bakterien zersetzen den mist dann ist auf jeden fall noch viel energie drin je älter der mist nachher ist desto weniger energie ist drin deshalb sollte man eigentlich den frischen pferdemist verarbeiten ja so viel dazu ich verabschiede mich von euch und noch mal danke an die rhein energie das war eine ganz schnelle nummer eben der anruf kam ich habe ja klar können wir hier zeigen was wir mit unserem pferdemist machen da war nämlich gar nicht klar dass wir da strom draus machen und wärmeenergie und dann sind wir innerhalb von zwei stunden hier hin und haben jetzt gedreht in dem sinne macht's gut wir hören und sehen uns weiter geht's es ist leider wieder regen gemeldet wir wollten eigentlich am liebsten jetzt mit der feldarbeit auch starten aber das können wir leider vergessen also macht's gut bis dann tschüss